Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Jumping. Yes, herzlich willkommen. Seit Jahren. Ja, ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge hochgeladen wurde. Ich glaube schon, es war so circa drei Jahren, wenn es hinkommt. Bestand anderthalb Monate. Ja, gut möglich. Also Minimum. So, jetzt hört man dich. Bin ich etwa zu leise? Halt, sei mal. Jetzt reden wir mal. Tralalalala. Wo bist du? Vor mir. Das ist schlecht. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Module nicht. Modul 3 kenne ich wieder. Ja. Ich kenne ein Modul. Ich war kack, aber ich kenne ein Modul. Hm. Auch drei jetzt. Ich habe das auch mitbekommen mit dem, ähm, mit dieser Frau, wo irgendwie ihren Mann erschossen hat. In einem YouTube Video. Ja, ja. Richtig, äh. Ich finde das super konsequent. Also wenn man sowas schon testen will. Ja. Dann sollte man sich doch wenigstens die Kugelsichere Weste unten drunter anziehen, falls es schief geht. Ja. Das macht so keinen Sinn. Beziehungsweise davor einfach mal aufs Buch schießen und gucken, ob es durchgeht. Äh, das macht einfach keinen Sinn, was die gemacht haben. Aber nein, lass mal mit einer Diegel. Die Diegel hat ja keine Durchschlagskraft oder so, ne? Nee. Lass einfach mal machen. Tobi, lass mal ein Video drin. Aber ich schieße. Ähm, nee. Hab ich jetzt nicht so Lust drauf. Ja, aber der... Das war ja voll die Familie. Ist eigentlich voll tragisch. Ehm. 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 Ja, das ist dumm damit. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist tragisch und es ist sehr sehr dumm. Ja, einfach die armen Kinder und so. Das... Macht keinen Sinn. Einmal kurz das Leben zerstört. Innerhalb von Sekunden. Für ein Video. Für ein Video, was nie jemand sehen wird. Mhm. Aber wenn der jetzt mal hochlädt, Alter, hol ich mich. Ja. Ähm. Ja. Da kann man nicht mehr weiterhelfen. Mann erschossen. Prank. Ach. Die Trends verzeihen. Einen... Einen Freund erschossen. Prank geht schief. Soll. Was? Ich würd's angucken? Ich weiß nicht, wie ich das anschauen würde. Würdet ihr es anschauen, schreibt's in die Kommentare. Nee, Alter. So dumm. Äh, wo ist die Kiste beim Modul 6? Weißt du das? Nicht, dass ich hier vorbei springe irgendwie. Bin ich vor dir? Ja. Äh, links in dem Haus. Also wenn du einfach an dem Haus vorbei... ... einfach weiter gehst, dann ist die Links in dem Fenster drin. Ah. Alright. Nice. Ich hab gemerkt, ich bin auf Martys Account immer noch. Äh, lol. Das bin klar. ais... !! afaela! Nur aufyl! Der Typ ist noch nicht so weit, der ist ja. Ich bin Erster. Äh, jetzt. Bei mir war gerade noch der Andere Erster. Ja, ich bin ungekackt. Ich bin gleich auf mit dem... Bis jetzt, zumindest jetzt hab ich verkackt. Warum bin ich eigentlich vor dir? Ja, ich... Du kannst jetzt nicht sagen, ich spiele noch weniger Japtic als du. Doch. Du willst, Alter. Ich hab seit dem letzten Video nicht mehr gespielt. Ja, ich vielleicht zweimal. Ja, zweimal mehr als ich, ne? Oh. Aber jetzt haben wir alle aufgeholt auf einmal. Alter, ich verkack grad die Zornsprünge so hart. Das ist nicht mehr schön. Ich kenn das Modul eigentlich, das Modul ist echt einfach. Aber, fuck, ich verkack so hart. Ich bin einfach richtig retaliant. Oh, Junge! Ja, und dann darf ich Sneaker runterfallen. Das ist immer das Geilste. Beste Leben. Na, ist mein bisschen Equipment. Tastengeräusche habt ihr natürlich auch vermisst. Ich weiß es. Ja, was geht über... Die wunderschöne Leertaste. Jawohl. Von Rocket-Tastaturen. So ne, Alter. Hey, der Chip ist gleich fertig. Fuck it. Ja, ich hab etwas. Ja, ich will eigentlich auch noch in die Kiste. Oh mein, oh mein. Das wird eng. Aber ich krieg sie noch. Jawohl. Oh, das ist ja gar nichts drin gewesen. Mann. Naja, also... Equip ist... Naja... Es geht schon. Ich hatte schon schlechteres. Volles Inventar, da bist du. Ähm... Ich kann nichts geben. Steinschwert hast du? Ja. Dahinten kommt der erste schon. Lass den easy durch. Äh... Ja, genau. So... Erstmal was essen. Ich hab übel wenig essen. Ähm... Hast du Gold? Gold? Nee, leider nicht. Ein Deer. Auf dem Weißen hab ich. Wow. Yes. Genau. Best Player in the World. Ein fucking Gold, weißt du. Oh, hinter uns. Ja, den hab ich. Nicht abstorben. Alter. Aber ich hab 17 Cookies, Alter. Ja, vier. Ich hab aber... Ich hab nur 17 Cookies. Party time, bitches. Ist ja easy, Alter. Hinter uns ist auch noch einer. Hm... Relativ guter Crypto. Nass du den machen? Äh... Ich war nicht erst in hier vorne noch Vollseason. Der kommt, glaub ich. Das war mein Kill. Ja, der kommt. Achtung. Ich fang schonmal an mit dir. Ja, ich... Klapp mich hier mit. Oh Leute. Wer kommt? Wieder? Alter. Geh ich mir mal kurz den Typ. Alter! Okay, der... Premier zieht richtig hart. Holy shit. Alter. Ja, yo. Alles jetzt. Jawohl. Aber kein Team. Nebst du? Ne? Äh, wo bist du? Ähm... Da. Schaff mir nur zu zweit den Prämie. Ne? Ja, schon. Ja, ja, ja. Dann. Die Wegen. Let's take out! Vielleicht echt? Äh, den Krieg! Oh, die gehören auch zusammen. Das ist ja eklig. Alter, keine Chance. Ohne Witz, keine Chance. Alter, die drücken aber auch echt. Komm, wo ist? Holy shit, komm noch einmal. Last Truck. Ich bin alleine. Wo bist du? Äh, hinten mit dem Terminal. Boah, der im Bogen. Wo bist du? Äh, mit Glas. Und? Glas. Äh, dieser Glade. Ja, ich komm da wie gerade. Der Premier hat zwei Hits mit Bogen. Ich, Gott, ich... Alter, fuck. Okay, ich bin relativ tot. Ja, fuck. Keine Chance. Ach, tschau, Alter. Ja. Tschau, Lin. Schade, dass solche Leute jetzt in der Runde waren. Ist das klar. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war eine trotzdem gar nicht mehr so schlechte Runde dafür, dass wir seit Jahr nicht mehr gespielt haben. Ist so. Schaut bei den Anomies, weil es schaut immer schön aktiv die Streams. Genau. Ja, macht ja echt schon die, äh, die waren Zuschauer. Die Standard, das ist tatsächlich so. Ähm, schlagt auch irgendwelche Spiele vor oder sowas, die wir noch streamen sollen. Oder auch mal ein Video darüber machen sollen. Ähm, ja. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oder im nächsten Stream. Bis dahin. Habt einen schönen Tag vor und... Tschö, tschau. Tschö, tschau. Tschö, tschau ... Tschö, tschau ... Vielen Dank.